Wir können einmal, weil wir hier in einem Bhakti-Yoga-Zentrum sind, habe ich gehört, wir können heute alle gemeinsam eine Bhakti-Yoga-Gymnastik-Übung machen. Steht alle bitte einmal auf. Und wir können uns alle so hinstellen, dass wir den Altar sehen. Kommt alle ein bisschen nach vorne. Wir können nach vorne kommen, dass wir alle auf den Altar schauen können. Und unser Übersetzung ist sehr, sehr einfach. Ich zeige es Ihnen. Und Shivatma Prabhu, he will, it is an exercisement together with a mantra. Es ist eine Übung zusammen mit einem Mantra. Wir stellen uns so hin. Dann wird Shivatma Prabhu chanten. Om Namo Bhagavate Vahasuneva. Beim Om Namo Bhagavate machen wir so. Und beim Vahasuneva, ja, machen wir so. Okay, das ist alles. Om Namo Bhagavate Vahasuneva. 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 Amo Bhagavad Gita 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 Vielen Dank.